ja leute ich würde dann mal wieder mal auch in den streamen natürlich immer abends hat vielleicht auch bis ins würde ich weiß es nicht weiß es nicht warum ich früher immer streame aber ich werde auf jeden fall abends hat zu und entweder schon nur zwei oder dieses spiel bei der setz so die das ist ein info video wird es wird auch ein kleiner gameplay also ganz kurz halt ganz ganz kurz vor dem ok da war nämlich ein karten ja Kleines von Goku praktisch, also nicht von Dragon Ball, sondern von Dragon Ball GT. So, mal schauen was er so drauf hat. Ja, mach mal hin, ey. Dauert ja ewig, Leute. So, was war jetzt so alles drauf? Da haben wir Blitz-Faust, da haben wir Blitz-Faust. Kann man ja, ist ja klar. Kann man nicht spielen, ja. Die haben ja eigentlich wenig, Leute. Moose. Okay, das hat er. Jetzt hat er bei einem normalen Geräusch. Okay. Ich weiß gar nicht, kann das jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich es verstehe. Oh, ich habe mir gedacht, was ich schnell da. Ah, es gab mir. Ich kann wieder weg. Kamehameha! Ok, zähl dich her! Wär mal länger jetzt, ok! Das haben sie mitgemacht... Ok, die drei, die zwei haben... F3, ok! Also kann er nur Kamehameha! Ah, der Super Saiyan-Tap, ok! Was? Also kann ich nicht los machen, ok! Dafür kann er weiter... Die anderen zwei... Kann er als... Ok, jetzt... Das genießen! Ah ja! Gegen Dämmer! Oh, sie zieht da! Die Liga-Tap! Mach sie da! Ah, ja! Die Tuna-Tap! Die Tuna-Tap! Von Super Saiyan-Tap! He-he! Da! Und der... Tuna-Tap! Der Tuna-Tap! Ländere ich mich da! Die... Super Saiyan-Tap! Ja, ich weiß nicht! Und zwar der... Ketch! Die Tuna-Tap! Die Tuna-Tap! Die Tuna-Tap! Einen! Ja! TWO! Die-he! Die Tuna-Tap! Eine! Aроh! Okay, geht's. Okay, geht's. Ich habe den Misten gebetet. Ich bin ein Verstuchter und habe den Bekleid. Ich bin ein Verstuchter. Ok, ich bin ein Verstuchter. Der kann stark wie bei Piccolo gehen, der normalen Piccolo war, der den auch durchgehend durch hat. Ja, jetzt tut der ganze Schuss also wieder einsetzen praktisch. Okay, das wollte ich mir nur zeigen, ne? So Leute, danke, danke ich werde streamen im Wochenende Samstag und Sonntag. Abends halt, ne? Vielleicht auch früher, bisschen früher abends halt, ne? Okay, dann haltet die Ordnung statt. Und schaut euch an, wenn ihr als Dutzel drauf habt. Entweder Shenmue oder 2, Shenmue 2 meine ich, oder Dragon Ball Fighter Z. Bis dann!